Was kostet eigentlich die Aufladung von einem E-Bike Akku? In diesem Video gehen wir dieser Frage gemeinsam auf den Grund. Ich habe eine ganz, ganz spannende Rechnung zusammengestellt. Macht es euch gemütlich, macht euch einen Kaffee oder einen Tee. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir gehen die Rechnung jetzt mal zusammen durch. Alle Grundlageninformationen dazu, die habe ich euch auch unten mit in die Videobeschreibung reingepackt. Also alles so Sachen wie Durchschnittsstromkosten und so. Dazu findet ihr Informationen unterhalb des Videos in der Infobox. Wenn euch grundsätzlich die Kosten zu einem E-Bike interessieren, dann kann ich euch an der Stelle einen kurzen Tipp geben, dass ihr meinen Kanal auch kostenlos abonnieren könnt. In der Videoreihe Dauertest zum Highbike gehen wir alle Kosten durch, die ich mit der Zeit einfach mit meinem Highbike hier habe. Und in der Videoreihe Tschüss Auto, Hallo Highbike, schauen wir uns zusammen an, wie viel Geld ich denn spare. Denn ich habe mein Auto verkauft und bin seitdem nur noch mit diesem Highbike unterwegs. Von daher einfach kurzer Hinweis darauf. Jetzt aber auch direkt rein in meine Notizen. Also mein E-Bike mit dem Yamaha Motor dient uns jetzt hier mal als Grundlage. Ich habe schon erwähnt, 500 Wattstunden Akku bedeutet 0,5 Kilowattstunden passen in diesen Akku an Strom überhaupt erst hinein. Spannendstes E-Bike Thema überhaupt Reichweite. Mit meinem Akku komme ich zwischen 60 und 100 Kilometer weit. Das ist von ganz ganz vielen Faktoren abhängig. Mache ich auch nochmal ein extra Video zu. Das würde jetzt hier sonst den Rahmen sprengen. Und zum einfachen Rechnen nehmen wir nochmal ein paar Kilometer runter. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass wir mit einer Akkukapazität von meinem Akku 50 Kilometer weit kommen. Die Durchschnittsstromkosten pro Kilowattstunde betragen ungefähr 30 Cent. Wie gesagt, alles wert aus dem Internet. Dementsprechend kostet eine Akkuaufladung von meinem Yamaha System hier 15 Cent. Und man kommt damit entsprechend 50 Kilometer mindestens weit. Wenn wir das jetzt mal runden, kommen wir auf 0,003 Euro pro Kilometer. Und das können wir dann entsprechend runden auf 0,005. Also ungefähr für einen Kilometer haben wir einen halben Cent an Kosten. Kann man sich jetzt nicht so gut vorstellen. Deswegen 10 Kilometer 5 Cent, 100 Kilometer 50 Cent und 1000 Kilometer entsprechend 5 Euro. Das jetzt mal nur rein theoretisch. Um das noch ein bisschen besser nachvollziehen zu können, machen wir nochmal ein praxisnaheres Beispiel. Und zwar ist es so, dass ich ungefähr 2 Akkuladungen pro Woche benötige. 2 Mal aufladen pro Woche komme ich 100 Kilometer weit und habe entsprechend 2 mal 500 Wattstunden. Kosten sind dann 30 Cent. Auf 1000 Kilometer wären das 3 Euro und entsprechend nicht diese 5 Euro, weil wir halt jetzt einfach mal nicht gerundet haben. Also wenn man es jetzt mal unterm Strich so sieht, kann man sagen 30 Cent pro Woche führen dann zu 1,20 Euro. im Monat für 400 Kilometer Reichweite. Wirklich rein nur die Stromkosten, ohne irgendwie noch einen Gedanken weiterzudenken, was wir jetzt aber im Folgenden auf jeden Fall mal machen werden. Pauschal wird immer gesagt, dass ein Akku für 500 bis 1000 Ladezyklen hält. Wir gehen jetzt mal mit den schlechteren 500. Gehen wir jetzt mal davon aus. 500 Ladezyklen a 15 Cent pro Ladung sind wir auf Reihenstromkosten bei 75 Euro für 500 Ladezyklen. Diese 500 Zyklen mal 50 Kilometer kommen wir mit diesen 75 Euro 25.000 Kilometer weit. Unfassbar große Zahl, die muss man auch erstmal fahren. Ich kann es euch sagen, ich bin in dem ersten Jahr ungefähr, wie viel waren das? Ich glaube 4.600 Kilometer gefahren. Ich habe da auch ein Fazit-Video dazu gemacht, kann ich euch hier auch mal mit in die Infobox reinpacken. Ein sehr, sehr langes Video, wo ich aber komplett darauf eingehe, wie mir der Umstieg von einem Auto aufs E-Bike gefallen hat und wie das Ganze so gelaufen ist das Jahr über. Wenn wir die 75 Euro nochmal nehmen und durch die 25.000 Kilometer teilen, kommen wir wieder auf diese 0,003 Euro pro Kilometer. Von daher rechnerisch passt das auch alles. Jetzt müssen wir uns aber eins überlegen. Ein neuer Akku, wenn wir den neu kaufen würden, angegenommen, der würde nach diesen 500 Kilometern kaputt gehen. Oder machen wir es noch einfacher, wir haben diesen Akku ja schon bezahlt. Indem wir ein E-Bike gekauft haben, meinetwegen 3.000 Euro, sind da ja schon die Kosten für den Akku drin. Also wir können sagen, diese 500 Euro Akkukosten habt ihr schon bezahlt. Und die müssen da auf jeden Fall auch mit einfließen in der Rechnung. Man kann jetzt nicht einfach nur den reinen Strom dessen betrachten. Also kann man natürlich schon, da will ich gleich nochmal was zu sagen. Aber wir haben diese 500 Euro ja bereits investiert. Also 25.000 Kilometer, 500 Ladezyklen, 75 Euro Strom plus 500 Euro Akkukosten sind wir bei 575 Euro. Wenn wir die durch die 25.000 Kilometer teilen, kommen wir auf 2,3 Cent pro Kilometer. Das ist natürlich jetzt schon was ganz, ganz anderes als diesen 0, irgendwas. Und wenn wir die 575 Euro durch die 500 Ladezyklen teilen, dann kommen wir auf 1,15 Euro Stromkosten für einen Ladezyklus. Also von ganz leer auf ganz voll. Zu den Ladezyklen noch der Hinweis darauf, wenn ihr jetzt von 100% Kapazität den halb leer fahrt, dann habt ihr noch 50% Kapazität. Wenn ihr den dann wieder voll aufladet, dann habt ihr 0,5 Ladezyklen. Dann habt ihr also keinen ganzen Verbrauch. Also man kann das wirklich auch immer so stufenweise sehen. Das wird dementsprechend dann immer, je nachdem wie leer der Akku halt war. Weil selten ist es ja so, dass ihr den komplett leer fahrt. Sollte man nicht machen, wenn es passiert, ist auch kein Problem. Macht euch nicht so viele Gedanken darum. Also 1,15 Euro pro Ladezyklus mal 2 und dann noch mal 4. Dann kommen wir auf 8 Ladezyklen pro Monat. Genau, das sind dann 9,20 Euro Kosten im Monat. Das ist schon eine ganz andere Summe als diese 1,20 Euro, die dann rein für den Strom bezahlt werden. Aber ihr könnt sehen, 10 Euro an Kosten, wenn ihr überlegt, wie lange ihr damit rein vom Sprit her mit einem Autofahren kommt. Ich sage immer so ungefähr jetzt mal so 100 Kilometer vielleicht mit 10 Euro. Gibt es auch wieder verschiedenste Rechnungen zu. Das ist einfach jetzt der Hinweis darauf, dass da wirklich noch der Akku, den ihr ja am Anfang mitbezahlt habt, mit einfließt. Jetzt ist aber die Sache, ihr habt diesen Akku bezahlt. Für mich persönlich im Kopf ist es so, diese Kosten sind weg. Das Geld ist fort, aber ich habe das E-Bike. Von daher, so gefühlt, einfach vom Gefühl her, rechne ich immer nur mit diesen 1,20 Euro an Stromkosten, die im Monat auf mich zukommen. Und ganz ehrlich, die lasse ich einfach im Sande verlaufen. Das ist gefühlt, als ob ich hier noch eine Softbox mehr anhabe, die mir mein Gesicht ausleuchtet. Oder an dem ich den PC länger laufen lasse. Diese 1,20 Euro, die hat man so schnell drauf. Zumal die Strompreise gefühlt meiner Meinung nach sowieso jeden Monat steigen. Keine Ahnung. Vielleicht sollte ich da auch mit den Anbietern wechseln. Aber das ist ein anderes Thema. Jetzt kann sich halt jeder selber die Frage stellen, wie rechnet er das? Wie macht ihr das überhaupt, meine Frage an euch? Wie geht ihr da an die Sache ran? Macht ihr euch überhaupt Gedanken darüber? Oder rechnet ihr das noch genauer? Sagt ihr da, ey, du machst das falsch? Da fehlt noch irgendein Wert? Man könnte zum Beispiel auch noch hingehen und überlegen, ich habe das ja noch versichert. Und da sind natürlich auch die Kosten, die Versicherungskosten für diesen Akku auch mit drin. Ich habe 423 Euro für das E-Bag bezahlt, aber für 5 Jahre komplette Versicherung inklusive Akkuschäden. Also angenommen, der Akku geht kaputt, fällt mir runter, geht nicht mehr, kriege ich halt einen neuen. Kann man rein theoretisch auch noch damit reinrechnen. Aber da wird es mir persönlich zu unpraktisch. Das ist mir dann zu viel Kleinzeugs zusammengerechnet. Aber vielleicht ist jemand von euch da ein kleiner Fuchs drin, der das sehr, sehr gerne alles haargenau aufspaltet. Schreibt es unten in die Kommentare. Würde mich super freuen, wenn wir da ein bisschen drüber diskutieren können. Vielen, vielen Dank für eure Zeit, fürs Zusehen. Macht's gut und bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.